Servus liebe Leute und es ist durchgesickert. Es soll morgen sechs weitere Karten geben, darunter zwei legendäre Karten, das heißt ein Loverhund, wie viele schon vermutet haben, dann so ein Skelettkrieger, Skelett Warrior, wie er im Englischen bezeichnet wird, wie so ein Heiler irgendwas in die Richtung, eine Fabrik und wie so ein Grand Warden aus Clash of Clans kennt ihr sicherlich auch und so ein paar Truppenkarten sollten morgen noch dann reinschneiden und wäre auf jeden Fall cool, wenn das kommen wird. Und es ist fast schon safe, dass es kommen wird. Denn bei, wie heißt der, Gaming with Mold hat man schon gesehen, dass sechs Karten mehr sind. Ihr seht, hier sind es 48, gefunden 48 von 48 und bei ihm stand 54 von 54 dran und hat auch einen Teil der Karten gesehen. Schaut mal bei seinem Video rein, da könnt ihr es sehen, müsste aber schnell sein, ich habe es auch nur kurz gesehen. Aber ich würde sagen, dann seht ihr euch bei einem weiteren Video morgen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.